20 Minuten, 10 Takeout Bodybuilders, 15 Dropsquats, 5 Klimmzüge. Wenn ich meine Vollgaskehle 20 Minuten durchziehe, haben wir das Programm absolvieren. Wir haben Beine mit dabei, wir haben mit den Takeout Bodybuilders geile Übung dabei, um Mobilität reinzukommen, in die Beine und gleich noch Power mit draufzuschaffen. Vielleicht ist der Trainer natürlich auch kraftliche Klimmzüge. Los geht's, das Trick einstecken. Ja, wir sind durch die Beine und der Steine der Beine, und ich bin mal die Beine. Warum schlað? Ich bin mal, wie lange in der Beine. Vorher aus diesem Beine. Ich bin mal, wie lange in der Beine. Ich bin mal, wie lange in der Beine. Ich bin mal, als ich hier anser. Bye-bye. Ich bin mal, wie lange, wo ja dasordnete Preisst? Ich bin mal, wie lange ein Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020